Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metal Gear Solid The Phantom Pain. Ich werde schauen, dass ich so schnell wie möglich zu B komme. Dort ist dieser komische Heinz, den wir eliminieren sollen. Sobald in dieser Stadt bzw. in diesem Camping wird das nämlich ziemlich hart werden. Gut, jetzt schaue ich, dass ich dort hinsprinte. Das ist der Weg zumindest. Eigentlich wollte ich gerade was essen. Also ich nehme ein paar Folgen noch am Stück ab. Aber wir machen das jetzt gar. Also hoffentlich machen wir das jetzt gar. Und ja. Drei Leute erfunden. 41 in Garantäne gelegt. Bist du narrisch. Das finde ich nicht gut, dass meine ganze Mother Base da gerade verreckt. Ich muss nur die einfach alle in Garantäne stecken. xD Wir brauchen die Chancen zu verwerben. Das ist der Tark. Deine ihn. Wie gut Sie sehen, wie Sie sehen. Die Tarkungen 신hte sind von. en Sie nicht, die Tarkungen zu erzeugen. Sie verkaufen. So, konzentrieren. So. Ich habe den eliminiert. Natürlich wäre es ideal gewesen, wenn ich ihn einfach zum Motherplace geschickt hätte, aber das war mir ein bisschen zu heikel. Okay, da weg, Marker removed, da auch Marker removed. Auch noch was. Gut, hätte ich natürlich gewusst, dass das jetzt so funktioniert, hätte ich in der Folge, auch noch das fertig zu machen. So, haben wir jetzt wahrscheinlich eine kurze Folge dabei. Perfekt. Wir haben wieder Kohle. Nicht viel Kohle, aber ich habe auf alle Fälle wieder Kohle dazugewonnen. Gut, lasst uns wieder schauen, was da jetzt zu einem Video kommt. Und irgendwas kommt sicher. Ich hoffe auf alle Fälle mal einiges an Nachschub. So, jetzt aber gut, kein Video. Okay. Das ist jetzt wahrscheinlich eben eine Nebenmission, könnte ich mir vorstellen. gut, nein, das ist nichts, das ist eine Hauptmission. Gut. Das heißt, neben Operation mache ich nur ganz kurz schauen, ob irgendwas Neues dazugekommen ist. Elite Soldaten, bla bla bla, gefangenen Rettung, warum ich das auch schon wieder machen kann, naja, egal. Schwere Infanterie. Das ist gut, das mag ich jetzt nicht machen. Ähm. Die Folge ist extrem kurz, sie dauert auch gerade mal ein paar Minuten, wenn mich nicht alles täuscht. Ach Gott, das ärgert mich, weil eigentlich mag ich die Hauptmission weiter machen. Mag ich lass denn eine Nebenmission machen? Mag aber jetzt in der Folge auch keine neue Hauptmission anfangen. Nun, Autozuweisung, alle Mitarbeiter, okay. es sind ziemlich viele in Garantäne eher nicht Zuweisung ändern ihn haue ich einfach mal da her und mache aber jetzt nochmal die Autozuweisung für alle Mitarbeiter so gesamtes Personal sortieren machen wir mal nach Fertigkeiten schauen ob es da wieder einen Ding gibt Oha Schifter Zuweisung ändern du kommst du ich würde dich so genannt lassen du kommst auf alle Fälle mal in Garantäne gut gut und dann mit Symptomen gesund gut jetzt hätte es die Frage alle mit Symptomen sind eh schon drin ich hätte es Symptome und ich schon in Garantäne gut wir sollten wir sollten die Hauptmission machen da kann ich nichts machen da kann ich nichts das heißt das ist das Einzige was ich machen kann gut das mache ich trotzdem in der nächsten Folge weil es tut mir leid dass ich eine kurze Folge hatte hier da da fordert mich das Kind heraus also bin ich mir ziemlich sicher einfach ähm wir haben hier da fliege ich noch zurück und wir starten nachher die Hauptmission von dort einfach dann machen wir zumindest das wir machen uns noch sauber und ja so es ist hier gespeichert das ist auch gut was soll ich da auch einfach das machen ich geh mich waschen und mach das gar ich geh mich waschen und mach das gar Battle Gear Hanger so so irgendwo da das hat mir der Patrick erzählt die Kiste das kann man das heißt wir haben dort hingebracht das geht definitiv schneller als ich renne da jetzt rüber und das heißt da rüber hart die haben Nein. und Gott, ich sehe schon, dass wir eine schöne Mission haben. Jetzt wo ist der Job jetzt? Wo ist der Teufel? Wo ist der Teufel? Wo ist der Teufel? Okay. Am Anfang gedacht, dass das noch ein bisschen blöder wird, aber so war es ja ganz okay. Okay. Als der Brat endlich akzeptiert hat, dass er verloren hat, dann hoffentlich er jetzt ein bisschen mehr... ...obedient. Wird das nicht? ...wird das nicht mehr anziehen? Gut. Wir gehen jetzt da noch mal. Ich muss mal waschen, weil ich den doch jetzt doch vermöbelt habe. Gut, dann sage ich mal, wir rufen den Abmissionsliste Herausforderungen, Hubschrauber treffen, in dem Fall da, direkt vor mir, dann geht's noch ab in die Höhe, und dann werden wir es jetzt wirklich gut sein lassen. Und dann Motherbase, etwas mehr haben, Entwicklung. Ja, perfekt, komm runter. Sehr schön. So, wenn wir in der Luft sind, hoffe ich, dass kein Video kommt. Und dann beenden wir das Ganze mal. Da geht schon ordentlich hinaus. Gestorben. Mara hat abgenommen. Ja, ich muss schauen, was ging diese blöde Epidemie machen. Pass. Nein, nicht passen. Gut, dann sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Servus und Papa. Ciao. Ciao.